So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Die Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen, aber heute Abend findet natürlich auch wieder die Raid Mania statt mit Rigi Drago. Das heißt, ihr könnt einladen, ich kann 5 Raids machen, 5 Einladungen, 5 Fan Raids, 5 Raid Mania Punkte werden verteilt. Es ist auch die erste Raid Mania im August, das Erdnuss hat die letzte gewonnen. Jetzt wird wieder von vorne gezählt, wer darf das Maskottchen dann für den nächsten Monat bestimmen. Vielleicht habt ihr schon das Maskottchen für diesen Monat gesehen, wenn nicht, seht ihr das spätestens in der Raid Mania heute Abend. Ansonsten haben wir natürlich jetzt wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Diesmal waren wieder viele krasse Sachen dabei, die ich euch zeigen möchte. Es war nicht ganz einfach, den Schocker der Woche zu bestimmen, aber ich glaube, ich habe das wieder für mich persönlich abgeschätzt. Und so argumentiert für mich selber, dass das einfach nur dieser Schocker werden konnte und der Rest ist einfach egal. Wie würde Naturin sagen, Video Start kommt. Angefangen hat die Woche hier bei Koselinchen, die hat mir nämlich das Ticket geschenkt noch für den Quapsel-Z-Day war das, genau. Alex hatte mir das von der Abenteuerwoche geschenkt. Da gab es ja eine Forschung. Danke nochmal dafür. Koselinchen, danke für den, nicht Quapsel, das war Kaiser Kai für den. Eben habe ich es gesagt. Für den, doch es war Quapsel, weil davor war doch Schicki. Leute, nehmt keine Videos auf, wenn ihr nicht fit seid. Dankeschön, Koselinchen. Dann habe ich beim Scheinux was gesehen, das fand ich richtig cool. Ich bin ja Samyang-Liebhaber. Deswegen, wenn mir jemand Samyang-Bilder schickt oder Samyang irgendwo sieht und das richtig gut aussieht, dann backe ich das auch mit rein. Er hat jetzt hier die Curry-Samyang probiert und hat die mit Currywurst gemacht, also Currywurst mal anders mit Curry-Samyang. Ich hatte ja die Idee mit Currybohnen von Bonduelle, das muss ich noch machen. Seins werde ich auch mal nachmachen irgendwann für Ramses Kitchen, also danke für den Tipp. Mit Borki bin ich dann Glücksfreund geworden. Das Erdnuss, also unser geliebter Tobias Reuter, manche lieben ihn, manche hassen ihn, für Raid am Mittwoch, falls es zeitlich noch passen sollte. Hätte als Maskottchen gerne ein Shiny Lapras, jetzt wisst ihr ja schon, was das Shiny ist, was das Maskottchen ist. Hat hier ein Shiny Fluffeluff gebrütet und gleichzeitig aus dem Riolu-Schlüpftag wohl acht Shiny Riolu, beziehungsweise eins ist schon zu Locario entwickelt. Vorbelastet, gerade aus einer alten Forschung bekommen das Bonita mit dem Halstuch. Das ist gut für den Hals, damit die Stimme nicht kaputt geht. In 100 Prozent, das ist auf jeden Fall selten, das konnte man nur einmal bekommen. Hier ein 100 Prozentiges dabei, das ist fett, das ist richtig krass. Hebt das auf jeden Fall auch, auch wenn es nutzlos ist. Der Bow Rewe ist jetzt auch cool. Rewe hat jetzt Samyang Nudeln für 1,89 Euro, das ist eigentlich ein guter Preis. Bei vielen kostet das hier so 2,59 Euro oder noch mehr. Alles was unter 2 Euro ist, ist okay, es geht aber sogar noch günstiger. Trotzdem, Rewe, Samyang, wer das sieht, probiert das wirklich mal aus. Fusinator, Ramses, hier, weil ja dein Video morgen kommt, also heute, heute 20 Uhr, testen wir die Pokémon-Karten. Bin heute kurz zum Magus gefahren, hab mir ein Happy Meal gekauft, Pikachu, Holo mitgenommen, richtig krass. Eigentlich müsste das der Schocker der Woche sein, aber eigentlich müsste das Bonita-Schocker der Woche sein, weil man ja nur einmal die Chance hat, das zu bekommen. Diese Pokémon-Karten, die können ja am Tag 500 Happy Meals essen und habt immer wieder die Chance darauf. Timo, entschuldige, dass ich störe, vielleicht etwas für das Mittwochs-Video. Timo, wieso störst du denn? Ich habe mein Handy doch eh immer auf lautlos, deswegen kriege ich auch nichts mit. Und wenn ich irgendwo mal reingucke, dann mache ich das, weil ich gerade Zeit habe. Mich kann man also gar nicht stören. Nobody und me in the middle of the night. Da stehen Samyang, Carbonara, das sind Eier, also das ist mitten in der Nacht mit dem Schlübber an. Wer kennt es nicht? Heißhungertage, Samyang auf dem Tisch. Timo hat sich gefreut, der hat nämlich endlich einen Shiny. Mona Goras bekommen, gerade auf dem blauen Account macht das eine richtig gute Figur. Amarino Shiny, auch am Start. Liljeb Shiny hat er hier bekommen. Flapterix in Shiny. Boldarus in Shiny. Die Abenteuerwoche war wirklich krass, richtig genial. Läuft noch bis heute Abend, 20 Uhr, glaube ich. War eines der besten Events, die besten Swans, die besten Pokémon seit langem. Shinaya zeigt uns ihre Ausbeute mit Aero Kack Sprühl, Anorid Amonitas. Schilderus, Cognodon und Balgoras plus Amarino. Auch ordentlich abgesahnt, gerade Balgoras, Amarino waren sehr begehrt, weil die auch das erste Mal da waren. Wer von dem Rest noch was gebraucht hat, konnte dazu schlagen. Shiny Aero Kack Sprühl, Skalub, Anorid, Sichlor, Kabuto. Und dann nochmal drei hundertprozentige vom C-Day, Quavo Quaxo und ein Pichu gebrütet. Hunderter Pichu habe ich, glaube ich, nicht. Kabuto in 100 auch noch mitgenommen. Dann haben wir noch Galabafloss, Balgoras, Flunschlik und nochmal Galabafloss. Da also jetzt auch die Familie voll. Das Erdnuss, Tobias Reuter wieder mal. Auch Shiny Aero Kack Sprühl, Galabafloss in Shiny und 100% plus Balgoras. Dann noch ein hunderter Balgoras aus einem Ei gebrütet. Viele Leute haben ja extra nicht sieben Kilometer Eier gebrütet, weil es hieß, dass in den Eiern die Shiny Chance erhöht ist. Das hat, glaube ich, aber so gut gar keiner gemerkt. Die meisten haben sich beschwert, dass sie tausend Eier gebrütet haben und kein einziges Shiny dabei hatten. Und in der Wildnis haben sie einfach mehr bekommen. Also ich brühe sowieso gar keine sieben Kilometer Eier. Das passt mir nicht ins Konzept. Da brauchst du immer einen freien Eierplatz. Du musst ein Geschenk aufmachen, dann triggerst du noch irgendwas. Und dann, ach, wenn das Wild sitzt, dann möchte ich es wild bekommen. Da brühe ich dafür nicht Eier, denn das kostet Geld. Hunderter Purmel mitgenommen, 211 WP, auch noch bei das Erdnuss. Ichtudomo hat hier auch drei krasse Sachen rein, wo ich mir denke, das müsste doch eigentlich der Schocker der Woche sein. Ein hundertprozentiges Shiny Amarino. Ich glaube, gebrütet, deswegen der, äh, die, ne, weiß ich nicht. Das ist gebrütet, sage ich jetzt einfach mal, Level 20. 100% Shiny Amarino, ist das nicht krass, ist das Schocker der Woche. Wir lassen es mal kurz so stehen. Rameidon 100% im Glückstausch erhalten, das ist auch brutal. Da ist auch Glück mit dabei. Plus, pam, pam. Und das ist auch, kannst du nicht gezielt. Da brauchst du auch Glück aus dem 12 Kilometer Ei nur so zu bekommen momentan. Gab es auch mal in Raids. Momentan nur in den Eiern auf der Suche nach einem Shiny noch ein Hunderter mitnehmen. Also, die drei Sachen zusammen, das müsste eigentlich Schocker der Woche sein. Aber irgendwie ist alles cool. Das Amarino natürlich das Highlight von den dreien. Ist aber trotzdem nicht Schocker der Woche für mich. Auch wenn es richtig cool und stark ist. Paco. Shiny Yorcliffe. Shiny Merrill. Hunderter Mangunior. Shiny Relaxo mitgenommen. Shiny Remorite mitgenommen. Dann, ähm, Amarino. In 100% Amario Garga. Mario Dactyl. 100% Shiny. Seht ihr schon. Kann das Amarino gar nicht mehr Schocker der Woche sein. Denn es ist ein 100er Shiny. Und das ist auch ein 100er Shiny. Dann kannst du nicht sagen, das ist Schocker der Woche. Dann müsste das andere ja auch sein. Weil es ist, muss aber was Einmaliges sein, was jetzt hier da dabei ist. Bei den Einsendungen. So. Bekannter von mir. Haha. Relaxo. Relaxo mit Mütze aus der Sleep-Forschung von Pogo Crazy RBO. Ich raste aus. Da habe ich erst gedacht, das wird Schocker der Woche. Denn nicht jeder hat die Chance, dieses Relaxo zu bekommen. Wer es bekommt, kriegt es erstmal nur einmal. Dann dauert es, bis man weitere kriegt. Aber beim ersten Relaxo, was er bekommen hat, direkt ein 100%iges Relaxo. Faktisch könnte es aber jeder bekommen, das Relaxo, wenn man sich das Go plus, plus, minus mal geteilt durchkauft. Und du kriegst ja nicht nur einmal ein Relaxo, du kriegst ja insgesamt, glaube ich, 5 Relaxo. Damit hast du mehr Chancen, ein 100er Relaxo zu bekommen, als wenn du ein 100er Bonita bekommst aus der Forschung, die du nur einmal hast. Das Bonita, also dann mehr wert als dieses Relaxo. Im Prinzip schon. Die Leute feiern dieses Relaxo aber bestimmt mehr, als das Bonita. Also konnte das auch nicht sein. Pago weiter hier. Shiny Schilderus, Shiny Latias. Vielen Dank, Bro. Achso, ja. Der hat mitgemacht bei Rates für Zuschauer. Da haben wir am Wochenende auch kurz mal Megalatias, Megalatios eingeladen. Hat dann Shiny gezogen. Shiny Liljep hier hat er noch hinterher. 100% Despot da. Endlich. Glückwunsch dazu. Koselinchen. Shiny Kacksprüel und Mangunior haben beide die gleiche Shiny Farbe. Nämlich so Lila, Alexander Ahringer. Endlich Daniel Schilling gefunden. Da steht kein endlich da, aber man muss sich halt dazu denken, dass er endlich meint. Und hab mit Daniel Schilling am Showcase teilgenommen. Das freut mich. Daniel auf Platz 37, Alex auf Platz 45. Seine CD-Ausbeute von Quapsel zeigt er uns ja auch noch. Fünf Stück insgesamt. Shiny Amarino mitgenommen. Endlich in Shiny Krogebot. Und endlich 100er Liljep in Togemon Go. Sarina. Um deine Stimme zu schonen, spiel ich heute den Schweigefuchs. 100er. Gott. Ziel zahlt. 100er. 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 Nochmal 100er. Dann ein Shiny. Dann nochmal ein Shiny. Dann nochmal drei Shinies. Da hab ich's mir wieder leicht gemacht und mich herausgeredet, ne. Was find ich denn besonders cool? Ich glaub, das Sesokids in grün find ich cool, weil das kommt so random einfach da rein. Weil das ja nichts mit der Abenteuerwoche zu tun hat. Ist aber halt einfach da. Joa, der Rest. Parfi sticht ein bisschen heraus, weil das eigentlich auch nicht so zur Abenteuerwoche gehört. Ansonsten viele Hunder da. Viele Shinies. Alles aus Mining und Umgebung. Hildburghausen ist auch dabei als Fangold. Find ich sehr gut, dass Sarina hier immer in der Nähe rumhaust. Poga Handa hier. 100er. Amarino. Mobai. Amonitas. Vili. Erlöst. Anorit. Und dann Shiny. Cognodon. Anorit. Flapterix. Amonitas. Und Lidia für Raid am Mittwoch. Auch sehr nett. Vor allem die 100er schmecken gut. Das Mobai, was als Baby natürlich sehr selten ist. Shiny. Kacksprühle und Schilderus hat er auch noch mitgenommen. Nettghost. Hab ich erst gedacht, der liegt im Krankenhaus und ist der Monitor in der Ecke. Aber das ist die Sicht aus der Badewanne. Und dann hat er hier den Montag-Stream geschaut. Andy Vorbeck. Die Woche war ordentlich was los. Rameidon getauscht und ist mein zweites 100%. Lidia, Balgoras, Shiny, dann Schwalbos und Rameidon in 100%. Rameidon? Rameidon? Ramsesdon? Ist auf jeden Fall das Krasseste. Das Beste davon. Richtig fetter Gesteinsangreifer. Musst du so auf jeden Fall mitnehmen. Lass mal gucken, was das Kind da draus macht. Auf dem Balkon. Mit der Pizza. Mit der fast vollen Pizza. Die schmeißt jetzt nicht echt die Pizza in den Mülleimer. Mama, ich hab Hunger. Kann ich ne Pizza? Ist viel zu früh zu Pizza essen. Ich hab ne Pizza. Pizza fast voll in den Müll geschmissen. Andy Vorbeck. Und dann wundert ihr euch, wieso die Stimme so ist. Sonntagabend die Go-Kampf-Liga gespielt und bei zwei aufeinanderfolgenden Sets Shiny-Score-Klar bekommen. Das ist sehr schön. Ich spiel momentan ja keine Kampf-Liga. Deswegen kann ich sowas auch nicht bekommen. Als Kind war ich ein riesengroßer Jurassic Park-Fan. Da war der Wunsch sehr groß, ein 100% Monagoras zu bekommen. Wunsch erfüllt. Vor allem auch aus Güstrow. Das freut die Bianca bestimmt, falls sie das sieht. Grüße gehen raus. Sag ich ja immer. Aber ich glaub, sie sieht's nicht. Das hat hier 3128. Sieht schon fett aus. Ist noch nicht auf 50. Da geht noch was. Ist auch ein guter Gesteinsangreifer. Gesteinsangreifer sind sowieso immer gut. Gegen diese ganzen fliegenden Kando-Vögel, die man so findet im Spiel. Hunderter aus der Quest bekommen. Und Showcase-Meister. Meine Einreichungen für Raid am Mittwoch. Bisa-Fan-Enzo hier. Amaragagarabar. Barbara. Rabababara. Hier, er bekommt 100% dreimal Platz 1. Heute Abend endet die zweite Welle der Showcases von der Abenteuerwoche. Bisher bin ich auch bei drei Stück auf Platz 1. Ich hoffe, das bleibt so. Ich habe alle abgezogen. Das war sehr kompliziert. Sören. Schwalbini. Perfekt zum Feierabendbierchen in 100%. Und Familie komplett. Flapterix. Perfekter Sonntagabend in Shiny mitgenommen. Despoda auf dem zweiten Count in 100%. Jetzt würde noch Quiegel mit 100% fehlen. Dann hat er auch da die Familie voll. Keifel im Glückstausch. Dann Tiso. Das war mein Schlüpftag mit Riolu. Und ja, ich habe gespielt und zwölf Eier ausgebrütet. Nichts. Nichts. Nicht mal Riolu. Wie, wie? Du hast zwölf Eier ausgebrütet? Und da war kein einziges Riolu drin? Nee. Kein einziges Shiny. Wie sehen denn die normalen Riolu aus? Waren es wenigstens zwölf Riolos? Da war doch, glaube ich, auch noch anderes Gesocks drin, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Dann hat sie trotzdem hier Gewinne 10 Pokestop-Showcases bekommen. Das ist cool. Tiso konnte ja, glaube ich, den allerersten Showcase mit Shiggy schon mitmachen. Mit Relaxo mitmachen. Hat er ordentlich schon Punkte geholt. Ich dürfte jetzt bei 4 stehen, weil ich erst ab der Abenteuerwoche mitmachen konnte. Wenn die 3 dazukommen, 4 plus 3, könnt ihr euch selber ausrechnen. Meg Maggie. Algoras 100%. Ziert auf PC ausgegangen. Drückisch kurz wieder an. 100er, Balgoras mitgenommen. Kaiser Kai, Rihorn, Shiny, Kaiser Kai. Endlich habe ich den auch. Liljeb im Alexander-Aringer-Modus. Endlich, Kaiser Kai. Ein weiteres 100er, was ich noch haben wollte, aber schon wieder auf dem falschen Account. Seemobs in 100. Wollte eigentlich nur mal ein paar Log-Module loswerden. Nehme ich aber gerne mit. Wetterbrust, Shiny, Log-Modul wäre Balgoras, Shiny. Wunderbar, Kaiser Kai. Chill Boris, Amarino, 1004 WP. Godking, Tidon. Gerade einfach aus Langeweile getauscht. Dann einen 100er bekommen. Besonders hatte ich den noch nicht als 100er. Passt. Hat ja auch eine Mega-Entwicklung. Wird dann auch irgendwie Typ Drache oder so. Kann man cool was boosten. Kann man trotzdem auch was mitmachen. Celal. Shiny Sundan wurde gefangen in der Wildnis. Despoda. Shiny mitgenommen. Tritt schon wieder auf Lego-Stein, so wie es aussieht. Lito-Müff, 100. Läufeo. Shiny. Ammonitas. Shiny. Koklodon. Shiny. Bedizza. Shiny. Krypto-Arctos. Duo-Rage. Shiny. Nehme ich aber. Shiny. Amarino hier. Aus dem Ei geblütet. Feier erhöht. Miku. Shiny. Kacksprügel. Amarino. Galapafloss. Und hier ein Aeropako. Nennt ihr euch jetzt die Pokémon immer gegenseitig? Wie die heißen, die vom anderen kommen. Duisburg. Auf jeden Fall ein Aeropteryx in 100%. Dann noch Liljeb. Nidoran in Shiny plus der Schocker der Woche. Guckt ihr das an. 100%. Galalavados. Ist aber trotzdem nicht Schocker der Woche, weil in letzter Zeit tauchen immer wieder hunderter Galavögel auf. Auch gerade im Glückstausch erhalten. Das heißt, beim ersten Mal ist das noch krass. Und jetzt sagst du schon wieder. Wer es hat, freut sich. Aber das ist jetzt nichts Neues. Krasses. Es ist krass, aber es ist nichts Neues krasses. Deswegen für mich nicht Schocker der Woche. Hannes. Rass mitgenommen. Einen Samyang-Regal. Da kosten die hier knappe 9 Euro. War mal günstiger. Geht auch noch günstiger. Geht aber auch viel teurer. Ich hätte Habanero Lime mitgenommen. Und die Normalen. Und die Carbonara. Und die Käse. Hier hat er einfach alle mitgenommen. Lenzhardt. Was der Pokéball Plus so alles fängt. Shiny Schwalbini. Dann hat er hier auch Shiny Amarino eingetütet. 43 Shiny Quapsel am Seeday. Benji. Irgendwie kam mir die WP bekannt vor. Aber trotzdem 100%. Rodo Murf. Schon 4 Stück. 6 Stück. Wäre krass. Er hat 4 Stück. Ist ein guter Bodenangreifer. Kann man mitnehmen. Auch Kacksprüge in Shiny mitgenommen. Das Schicki war noch im Stapel. Mit Sonnenbrille in Shiny. Pandimus Shiny auch mitgenommen. Dann ein Fluffluff. Gebrütet. Ist geschluckt. Ja, woher auch sonst. Schilder Rost auch als 100er und Shiny bekommen. Caputo. Die Fettibohne auch noch. Dann Elke Kaiser. Ich hab's jetzt mal so. Hab keinen Zusammenhang mehr. Kriegen sie aber irgendwie trotzdem hin. Das müsste da Kai-Zie sein. Da Kai-Zie Account. 100er. 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 Aus der Quest oder so. Mit 700. Shiny. 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 Dann kommt nicht der Kai-Zie. Sondern die Paula-Imperor. 100er Noctusca. 100er Legios. Aus dem Ei. Schön, dass das dabei steht. Legios auch gefühlt selten. In Event war das mal da. Ohne Event siehst du keins mehr. Oder? Wann habt ihr das letzte Mal ein Legios gesehen? Gibt's gar nicht mehr. Balgora ist auch als 100%. Das war, wenn das Wild natürlich ein 100er war. Kann man ja, sobald, also wenn beide Level 30 sind, sind die EV ja bei jedem gleich. Dem anderen Bescheid sagen, dass sie sich das auch mitnehmen. Deswegen bei beiden natürlich das 100er. Dann Anorip. Auch noch mitgenommen als 100er. Shiny Schwalbini. Shiny Krypto. Kleinstein. Shiny Amoroso. Shiny Flatterix. Shiny Beditzer. Kack Sprühe. Schilderus. Bisasam. Little Blue. Über den freue ich mich besonders. Balgoras. Und Little White. Freue ich mich auch. In der Nähe von... Jechuh. Jechuh. Steht da. Ja, das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Denn ihr wollt wissen, was der Schocker ist. Nachdem schon so viele Schocker dabei waren, aber keiner davon Schocker geworden ist. Also, Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Halte durch Fest. Adi, Schatz. Alles Gute. Kein Adi da. Das ist der Tobias Jan. Der wechselt sich nämlich ab mit dem Robert 100er. Der Robert 100er hat diese Woche, glaube ich, gar nichts geschickt. Oder habt ihr den gesehen? Hätte mal wieder was für Raider Mittwoch. Zum einen Doppelschundo aus dem Lucky Trade. Und zum anderen mein zweites, perfektes Igni. Der hat Igor. Aber erst mal, bevor wir zum Igor kommen. Ute. Ute last seen five minutes ago. Tobias und Giratina. Zwei fliegende Shinies im Lucky Trade. Beide immer noch Lucky. Das muss man sich mal vorstellen. 100 Prozent. Ich habe auch so eins. Ein hundertprozentiges Lucky, shiny Giratina fliegend mit ohne Beine. Das ist krass. Wir kommen im Club Ute und Tobi. Aber bei beiden gleichzeitig als Hunderter. Das ist schon krass. Das ist schon genial. Was mich aber trotzdem noch mehr beeindruckt, ist dieses verschmierte Igor. Ich glaube, Tobi ist einer der ersten Leute auf dem ganzen Planeten, der überhaupt ein Ignivor gebrütet hat. Tantenhunderter gebrütet hat. Und in der mittlerweile Zwischenzeit, jetzt hier da, hat er einfach sein zweites, hundertprozentiges Ignivor gebrütet. Und was ist das bitte? Das Ding ist, auch dieses Pokémon gefällt mir so ungemein. Als kleine Fliegen, Mistmaden, Larve gefällt mir das sehr gut. Und als Ramoff gefällt mir das auch richtig tolle Ischabock auf dieses Pokémon. Hunderter wäre Traum. Er hat zwei hundertprozentige Ignivor gebrütet. Familievoll ist gemaxed. Drei, sechs hoffe ich. Ist das das Maximum? Das ist wirklich krass. Weil mir dieses Pokémon so extrem besonders gefällt, war für mich klar, das will ich am Ende zeigen. Aber die anderen Sachen habe ich euch ja für und gegen argumentiert, wieso das eigentlich gar nicht sein kann. Wenn da ein Shundo reinkommt, da war ja ein Shundo, da war ein Shundo. Kannst du nicht sagen, das ist mehr wert wie das. Dann Pokémon aus einer Forschung, die du nur einmal hast, nur einmal die Chance hast, ein Hunderter. Aber hast du bei Relaxo, hast du bei Bonita, hast du was weiß ich, keine Ahnung. Ist wieder anders, kannst du wieder, habe ich auch argumentiert mit vor dazu. Aber mir gefällt dieses Ignivor auf jeden Fall am meisten. Das finde ich auf jeden Fall richtig krass. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Denkt dran, heute Abend einzuladen. Wenn ihr unterwegs seid, Rigidrago Rates macht. Mal gucken, ob wir überhaupt 5 Rates zusammen kriegen, wo ihr mischt, einladet. Damit ich nochmal schön investieren kann. Das war es von meiner Seite aus. Bis heute Abend. Peace out, Vorhaut, euer Ramsus.